Hallo meine Häkelfreunde! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So wie bereits gesehen habt geht es heute um ein XXXX Wolle Haul. Und zwar ich habe bei Wolle 1000 eingekauft, ich habe bei Boutinette eingekauft und bei Wollplatz.de habe ich mir was besorgt. Wenn ihr wissen wollt, was ich da so besorgt habe, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So meine Lieben, ich habe gerade schon gesagt, es geht heute um ein XXXX Wolle Haul und zwar fangen wir einfach mal an. Ich brauche euch ja nicht schon wieder erzählen, wo ich überall Wolle eingekauft habe. Wir fangen mit Wollplatz.de an und zwar da gab es vor kurzem eine Geschichte, gibt es auch immer noch. Ich habe mal zwei, hatte ich mir bestellt, so Strandtaschen sozusagen. Strand-Sommer-Taschen wollte ich häkeln. Eine bin ich schon dran. Ich wollte euch trotzdem das Set mal zeigen und zwar ist das hier natürlich drin, das bekommt ihr auch noch. Ich werde euch den Preis und den Link werde ich euch unten rein in die Infobox packen. Genau. Wie gesagt, es ist eine Geschichte, wenn ich schon mal machen. Das ist eine kleinere Tasche. Das ist die Tasche, die ich euch jetzt zeige. Jetzt ein bisschen größer. Ist aber ähnlich. Am Anfang hat es mich ein bisschen verwirrt. Ich habe auch ein bisschen was abgeändert beim Häkeln, weil ich die Beschreibung doch ein bisschen umständlich fand. Genau. Hier ist die Anleitung. Die werde ich euch natürlich nicht zeigen, sonst kriege ich Ärger. Auf jeden Fall die Tasche kommt mit Anleitung. Ist eine holländische Anleitung. Ist aber auch auf Deutsch. Holländisch und Deutsch einmal drauf. Ist ein bisschen umständlich erst, aber auch die Beschreibung von der Tasche, wie man das häkeln soll, war für mich jetzt wirklich ein bisschen umständlich. Jetzt weiß ich einigermaßen. Ich habe es, wie gesagt, ein bisschen abgeändert am Anfang. Jetzt mittlerweile weiß ich, jetzt nach Paareien weiß ich, wie das ungefähr zu lesen ist. Aber es geht. Den Preis habe ich euch eingeblendet von dieser Geschichte. In diesem Set enthalten ist die Anleitung, Mittelanleitung. Dann die verschiedenen Wollen. Die Wolle kann man auch nachkaufen. Ich finde die echt super. Ist ein Baumwollgarn. 100% Cotton. Sind immer 50 Gramm. 50 Gramm, 125 Meter Lauf Länge. Ich muss echt sagen, ganz tolles Garn für die Taschen finde ich die echt super. Kann ich euch echt nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe hier schon eine angefangen. In dem Set habt ihr die ganzen Wolle drin. Die Tasche wird zweifederig, also oder mehrfederig gehäkelt. Den genaue Bezeichnung werde ich euch mal von der Tasche auch einblenden, wie sich dieses die Häkelschrift nennt. Genau verschiedene Farben drin. Wie gesagt, schon mal vier. Gibt unterschiedliche Größen und unterschiedliche Farben auch. Die Taschen kann man in verschiedenen Farben, dieses Muster kann man in verschiedenen Farben häkeln. Ich habe jetzt hier richtig kunterbunt wird meine Taschen. Und jede Menge Knole drin. Jede Menge Knole. Komplett set. Wir gehen gleich noch mal im Schnell durch. Da freue ich euch die Farben. Natürlich die Häkelnade ist da nicht drin. Da sind doch viele. Da sind deutlich mehr wie bei der kleinen Tasche. Oh, da geht richtig schön bunt. Freue ich mich. Schönes Strand. Sommertasche sitzt. So, es ist leer. Wir fangen einfach mal an nochmal. Ich werde euch das einfach nochmal zeigen. Wie gesagt, 50 Gramm ist jeder Knole. 125 Meter. Waschbau 40 Grad. Ich muss echt sagen, ganz tolle Qualität. Für Taschen ist die echt optimal. Ja. So, das ist jetzt hier die Farbe nochmal. Dann haben wir nochmal hier dieses. Davon gibt es glaube ich zwei. Zweimal dieses rosa. Pink. Dann zweimal gelb. Zweimal gelb drin. Zwei verschiedene Blautöne. Dieses hier Apricot. Orange. Dieses Lindgrün. Dann dieses Grün. Eisgrün. Zweimal braun. Rot und weiß. Wie gesagt, so eine Tasche. Ich kann euch die Tasche einmal zeigen. Und die Häkelanschrift natürlich nicht. Wird so eine Tasche. Wie gesagt, gibt die in verschiedenen Farben. Farbausführungen. Könnt ihr die bestellen. So soll der Beutel mal werden. Genau. Wie gesagt, Preis habe ich eingeblendet. Das geht eigentlich. Finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, die Beschreibung finde ich ein bisschen schwierig. Äh, ja. Ach, hier ist noch einer. Vor ich euch das unterschlag. Ja, ich bin sofort wieder bei euch. Dann machen wir weiter. Ich finde es nicht schlecht. Alles drin, ne? Genau. Machen wir einfach weiter. So. Und das nächste Projekt, was ich mit euch zusammen machen werde, oder was ich euch zeigen werde, wird eine Tasche sein. Auch für den Sommer, habe ich mir so gesagt. Schauen wir mal. Ich habe jetzt mal schwarz besorgt. Wolle in schwarz. Das ist eine Wolle bei Putinette. Ach, Knäuel. Ich hoffe, dass ich damit auskomme. Wenn nicht, muss ich nachbestellen. Ist eine Wolle, wie hieß das jetzt genau, eine Wolle für alles irgendwie. Zuwies es jetzt nicht, aber ich weiß jetzt, was das jetzt, die Beschreibung weiß ich jetzt nicht genau. Ich muss sagen, nicht schlecht. Kann ich mir super vorstellen. Ich zeige euch erstmal die Wolle. So eine. Hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall kann man damit echt super Sachen zaubern. Kissen, Pulli, Handtaschen, wie gesagt. Also, es ist eine Wolle für alles eigentlich. Ihr könnt auch die Figürchen damit häkeln. Genau. Ich wollte mal eben gucken, was das genau ist für eine Wolle. 55% Baumwolle und 75% Foliacryl. Auf 1 bügelbar. 50 Gramm, 85 Meter ist nicht so viel. Aber ich muss sagen, ich bin echt gespannt. Die wird sich gut verarbeiten lassen. Wirklich gut verarbeiten lassen. Ja. Das ist gut. Finde ich gut. Auf jeden Fall wird daraus eine Handtasche gemacht. Einen Beutel. Ich denke mal, ein Beutel wird das. Ich weiß das noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall habe ich mir 8 Stück geholt. 2,50 Euro. Den Preis werde ich euch mal einblenden. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Die Wolle. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Bin gespannt, wie sie sich verarbeiten lässt. Macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Genau. Ja. So. Dann habe ich erstmal... Genau. Dann wollte ich ja Perlen. Ich wollte ja Perlen mit einarbeiten. Bei dem Beutel. Dann habe ich bei Amazon gesehen... Ist ja immer so eine schwierige Sache. Perlen online zu kaufen. Man findet die Größe nicht so. Wisst ihr, wie groß die ist und die Nadel da durchpasst. Genau. Ich habe jetzt Perlen gefunden. Ich bin wirklich positiv überrascht. Bei Amazon für 11, 12 Euro. Wie gesagt, die Angebote sind ja immer unterschiedlich. Dann kriegt man ja öfters bei Amazon das gleiche Produkt für unterschiedliche Preise. Und so was ja. Es sind jetzt 400 Perlen. 400 Perlen werde ich nicht alle brauchen. Auf jeden Fall. Ich bin echt von diesen Perlen positiv überrascht. Ich werde euch das einmal zeigen. Ich hole mal die weißen raus. Kann man dann besser sehen. Wie groß die Öffnung ist. Da passt gut die Häkennahle durch. Muss ich echt sagen. Schaut mal. Gut. Und so sind die alle. Die Größen von den Perlchen. Das Loch. Doch. Ich habe erst gesagt, die sind zu klein. Aber ich finde, das ist hier genau die richtige Größe. Ja. 400 Perlen. 11 Euro. Damit kann man schon was anfangen. Zwei Handtaschen. Kommt drauf an, wie viel Perlen ihr einsetzen wollt. Ja. Das war von Amazon. Jetzt bin ich schon wieder an meinem Pulli hängen geblieben hier. Schön. So. Dann habe ich mir mal geholt. Ich weiß noch nicht, ob ich die benutzen werde. Weiß ich noch nicht. Dafür hatte ich auch die Holzperlen geholt. Wir haben hier Taschengriffe. Schwarz. Entweder macht ihr eine große Tasche. Oder man kann auch, wie gesagt, bei dem Beutel auch einringen. Kann man eine einsetzen. Da kann man schon wieder zwei Handtaschen raus machen. Wie das eine oder zwei benutzen. Ähm. Ja. Fand ich jetzt nicht schlecht. Das sieht gut aus. Finde ich. Ne? Ja. Schauen wir mal, ob ich das einsetze oder selbst einen Bügel mache. Weiß ich noch nicht. In Greffen. Dann habe ich Negan. Negan habe ich geholt. In schwarz nochmal. Was ich ja ganz süß finde. Das ist immer. Das ist wirklich mini, mini, mini. Mini, mini, mini. Quasten. Ich wollte mir das ersparen. Und man kann ja selber Quasten machen. Das werden wir wohl auch machen. Denke ich mal. Bei der Handtasche wird auf jeden Fall noch was drankommen. Habe ich gedacht, ach, holst du noch diese braunen. Dann kannst du schwarz selber vielleicht machen. Und die braunen beihängen. Oder das beige. Weiß ich noch nicht. Aber die sind so klein. Die sind so klein. Das ist so klein. Das geht voll unter. Schaut mal, wie klein die sind. Die Quasten sind einfach zu klein. Ja. Kann man an so einer Kosmetik-Tischke machen. Oder am Pop-Money. Ist das die richtige Größe? Aber für so eine Handtasche sind die zu klein. Und dann habe ich gedacht, ach, holst du noch so Schlüsselanhängerchen oder so Anhänger. Habe ich mir jetzt für die Schlüssel. Die sind okay. Das ist eine richtige Größe. Das ist noch, äh, äh, die Größe ist noch okay. Sind unterschiedliche. Sechs Stück, glaube ich. Ja, sechs Stück. Überhaupt hier von 90. Bei dem Preis werde ich euch einblenden. Ne? Die sind ganz niedlich. Die Größe ist okay. Ja. Ne? Aber die Quasten sind zu klein. So, und dann habe ich nochmal Metallringe geholt. Die werde ich jetzt, weiß ich, wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt selber einen Griff mache. Oder ob ich den, diesen Griff nehmen werde, weiß ich noch nicht. Kann man auch so, äh, Metallringe holen, ne? So halbe Ringe. Die bekommt auch ganz, ganz runde, bekommt die auch. Genau. Und dann werde ich wahrscheinlich, habe ich da nochmal Stoff gekauft. Das ist nicht, ich weiß, muss gucken. Ist ein bisschen dick, der Stoff, aber ist okay. Für in der Handtasche, äh, schwarzen Stoff. Gucken wir mal, ob ich da noch ein Stoffbeutelchen einnähe. In dem gehäkelten Beutel, ne? Da habe ich mal, umhoch, 8 Euro ungefähr. Ja. Das ist jetzt, was ist das für ein Stoff? Nora Schwarz, Molton, okay. Molton, Nora Schwarz, Pflegeanleitung, okay. 100% Baumwolle, auf jeden Fall. Ist ein bisschen dick, hätte etwas dünner sein können. Online ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Ja. Ich packe das eben ein und dann machen wir weiter. Genau. So, und dann schauen wir mal, wann das soweit ist. Es wird erstmal, die Tasche wird jetzt erstmal, werde ich für euch machen. Dann kommen, danach kommen Schuhe. Äh, es Banderellos. Bin ich gerade auch dran, muss ich leider wieder aufmachen. Ist nicht schlecht, aber wir werden erstmal was Einfaches machen. Ähm, ja, die werde ich ja nochmal aufmachen, weil ist noch nicht so, was ich da am Vorbereiten bin, gefällt mir noch nicht so. So, so, machen wir erstmal weiter. Auf jeden Fall werden dann auch für Gürchen, werde ich auch mit ihr euch noch, ähm, äh, Figuren versorgen, um zu häkeln. Schauen wir mal. Hab ich gedacht, das, das wäre, habe ich bei Wolle 1000 gekauft. Ich packe das meint auf und ist das hier zu laut. So, fangen wir erstmal an. Füllwatte habe ich erstmal geholt. Füllwatte für die Figuren, ich weiß noch nicht, was wir machen. Vielleicht ein Mädchen zuerst. Ich habe da eine ganz tolle Idee im Kopf. Schauen wir mal. Ähm, Wolle, ähm, Watte. Dann hat es einen Füll. Dann habe ich mal geholt, äh, zwei von, ich gucke mal, ob ich damit aufkomme, denke ich mal eher nicht. Von Alice, Baby Best, habe ich geholt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Die ist, äh, nicht schlecht. Schön weich. Wir werden versuchen, wäre ich auf jeden Fall damit, ähm, die Figuren zu häkeln. 100 Gramm, ne, 240 Meter. Ist eine anständige Größe, habe ich zwei Stück erstmal geholt. War auch gar nicht so teuer, muss ich echt sagen. Die Wolle war nicht so teuer. Also bei Wolle 1.000 könnt ihr echt tolle Wolle kaufen. Ist ja eine türkische Firma, ne, Alice. Ja. Finde ich gut. Achso, war, habe ich gesagt, schon 100% Baumwolle, glaube ich, ne, oder? Müssen wir gucken. Steht das? Ne, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Vikose ist was, 100% Vikose und 90% Polyacryl, okay? Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sich die verarbeiten lässt. So, und dann habe ich nochmal drei in dieser Farbe geholt, auch nochmal. Drei von denen, ne, drei Stück, drei Stück, drei Stück. In der Farbe ist auch das gleiche, ne, 90% Polyacryl und 10% Vikose. Also, es ist so, so gezwiebelt, wisst ihr, was ich meine? Wird sich auch ganz gut verarbeiten lassen, ja. Ist nämlich so gezwiebelt. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Auf jeden Fall, nicht schlecht. Glänzt auch schön, fühlt sich gut an. Schön, ja. So, dann nochmal eine in rosa. Die müssen ja auch ein bisschen was, Kleidung, ne, die müssen ja auch angezogen werden. Einmal in rosa, habe ich geholt. Von, ja, Schülchen, Kleidchen kriegen, Hütchen. Ähm, genau. Auch das gleiche, also die Qualität. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert, damit, ähm, Figuren zu erhekeln. Ja, und dann dieses schöne Flieder. Das sieht ja toll aus, oder? Ja, finde ich schön. Richtig toll. Auch nochmal zwei. Wie gesagt, die könnt ihr ja immer wieder nachkaufen, ne? So. Ja, das war ja ganz komisch. Ich habe gedacht, für die Haare, die sollen ja auch schöne Haare bekommen. Ich wusste gar nicht, ich habe da irgendwie nicht aufgepasst. Aber ich finde das gar nicht immer so verkehrt für die Haare. Ist das gar nicht immer so verkehrt, ein bisschen feiner zu arbeiten. Ne, die Haare, unsere Haare sind ja auch ein bisschen, äh, äh, dünner, ne? Und ich habe da eine Wolle entdeckt. Jetzt nicht bewusst, unbewusst, 100% Elkotten. Das ist ganz, ganz dünn. Ganz, ganz dünn. Das sollen auf jeden Fall die Haare werden von der Figur. Ähm, 50 Gramm, 280 Meter. Ist auch von Alice. Das ist die Miss. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, müsste auch eine dünne Nadel, ne? Ähm, nehmen. Ich hätte mir das ein bisschen dicker vorgestellt. Aber okay. Wir werden es austesten, ob das was wird. Wenn nicht, müssen wir dann nochmal andere Wolle nachkaufen. Aber macht einen guten Eindruck. Ja, zwei Stück. Brauchen werden wir schon brauchen. Wir müssen gucken. Ja, schauen wir mal. Finde ich nicht schlecht. So, und dann habe ich nochmal auch Alice Baby Wolle. Wolle und Bamboo. 20% Vikose. 40% Ja. 40% Wolle. Leine. Okay, Leine. Leinen. 40% Acryl. Okay. Und 20% Vikose. Für die Kleidung habe ich gedacht. Das soll, gucke. Zwei Stück mal geholt. So viel werden wir nicht brauchen, ne? Aber Besser, man kann ja nicht zu viel, äh, besser, mehr als zu wenig. Viel, zu, als zu wenig. Ja, das ist, was ich meine. Aber Wolle geht ja immer. Ja, schauen wir. Und dann habe ich das Ganze nochmal in rosa geholt. Auch nochmal. Zwei Stück. Das auch so, ne? Das Gleiche. Ja. Und, da kommen wir auch gleich schon zum Ende. Dann sind wir auch gleich schon fertig. Und dann habe ich noch ein bisschen Knöpfe gekauft. Knöpfe noch. Weil ich muss halt im Kopf schon so ein bisschen immer, ne? So wie das werden soll, habe ich so ein bisschen im Kopf. Knöpfe geholt. Das sind so immer Holzknöpfe. Ich hole die mal raus. Einmal in rosa. So Blumenknöpfe. Und da hätten etwas kleiner sein können. Müssen wir mal gucken. Und dann in lila. Und dann habe ich nochmal diese Blümchen. Aber wie gesagt, nochmal ein anderes Thema. Bei Wie war das nochmal? Bei Teddy. Ich glaube, bei Teddy. Kriegt man ja auch viel Bastelbedarf. Unter anderem auch Knöpfe. In so Knöpfe-Mischungen. So verschiedene drin. Große, kleine, ne? Die kann ich euch echt empfehlen. Kostet mir 3 Euro. Ist ein ganzer Beutel. Ein ganzer Karton. Für 3 Euro. Inwiefern hat man da schon eine große Auswahl. Da bekommt ihr auf jeden Fall das, was ihr sucht. Weil Teddy hat echt viel Bastelmaterial. Da werdet ihr immer fündig. Ob Perlen sind oder so. Da solltet ihr mal auf jeden Fall nachschauen. Ja. Wie gesagt, das war es jetzt. Ich bin gespannt, wie jetzt, wie die Tasche wird. Ich werde es versuchen, so schnell wie möglich umzusetzen für euch. Und danach werden diese Mokka-Schuhe kommen. Es Banderellos. Genau. Es Banderellos. Das werde ich nochmal aufmachen für euch. Nochmal neu. Das gefällt mir noch nicht so. Obwohl, das ist nicht schlecht. Aber ich werde es auch nochmal ein bisschen was ändern. Ja, das wird erstmal das nächste sein. Wie gesagt, als nächstes kommt es erstmal in die Tasche. So, meine Lieben. Das war es jetzt. Das war jetzt der XXXL Haul. Wir sind jetzt damit durch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so zu schauen. Ihr habt für euch doch eine neue Wolle entdeckt, die ihr vielleicht auch mal testen möchtet. Genau. Die Links werde ich euch unten in der Infobox packen. Genau. So, das nächste Projekt werde ich für euch jetzt vorbereiten. Ich hoffe, das wird was. Das wird jetzt die Tasche werden. Genau. So, meine Lieben. Ich werde mich jetzt verabschieden. Und natürlich dürft ihr mich gerne abonnieren. Natürlich würde ich mich über ein Abo freuen, dass wir zusammen wachsen. Und ja. Und unter dem i findet ihr noch schon Sachen, die ich so für euch gemacht habe. Genau. So, meine Lieben. Dankeschön fürs Reinschauen. Zuschauen dran. Dann passt auf euch auf. Achtet auf euch. Achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns. Bis nächste Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.